Hallo Leute, heute schauen wir uns die erst kürzlich vorgestellten Bitmain S21 Bitcoin Miner an. Ja, es gab ja seitens Bitmain diese Vorankündigung, dass auf der Mining-Messe die neuen S21 Bitcoin Miner vorgestellt werden sollen. Dazu gab es ja viel Spekulationen und auch einen Screenshot, den ich euch in einem meiner letzten Videos gezeigt habe und auch in dem letzten Video dazu habe ich euch ja schon gesagt, dass ich euch dann die Miner vorstellen werde, sobald alle technischen Daten klar sind und wir uns das Ganze dann jetzt auch mal durchrechnen können. Und das ist jetzt nun der Fall. Ja, dazu sind wir jetzt hier einmal auf der Webseite von Bitmain selbst, also vom Hersteller quasi selbst. Und hier haben wir auch schon das erste Modell, das ist der S21. Es gibt dazu ja noch den S21 Hydro, den gucken wir uns gleich auch noch an. Und hier kommen wir auf eine Effizienz von 17,5 Watt pro Tera-Hash. Ja, es hieß ja unter 20 Watt. Tatsächlich sind wir bei 17,5 gelandet, wie viel ich geschätzt hatte. Schaut dazu nochmal gerne das alte Video, aber wir werden auch gleich nochmal ein bisschen darüber sprechen, über diese Werte, was das für uns jetzt prinzipiell heißt. Außerdem haben wir hier eine Gesamt-Hashrate von 200 Tera-Hash die Sekunde bei 3,5.000 Watt Verbrauch. Damit ist nun klar, dass Bitmain sich nach wie vor die Leistungskrone hier an der Stelle sicherstellt und dass auch die Mining-Hersteller, die es noch so neben Bitmain gibt, jetzt wieder ein bisschen weiter abgeschlagen sind. Die hatten ja auch vor kurzem Produkte released. Wenn ihr dazu auch mal Videos sehen wollt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. So, weiter zum S21 Hydro. Der hat eine Performance von 16,5, äh 16,0 Watt pro Tera-Hash, was nochmal ein klein wenig besser ist, nämlich genau 1,5 Watt pro Tera-Hash besser. Im Gesamt erreichen wir hier 335 Tera-Hash die Sekunde bei 5.360 Watt Verbrauch. Der Hauptunterschied ist hier, dass das Ganze hier Wasser gekühlt wird, das andere per Luft gekühlt wird. Ich vermute mal, dass es dadurch einfach ein bisschen effizienter nochmal laufen kann und man dadurch mehr Effizienz aus dem eigentlichen Chip rausholt. Aber der grundsätzliche Chip wird höchstwahrscheinlich auch wieder der gleiche sein. Genauso war es ja auch bei dem S19 Hydro und bei dem normalen S19 XP, dass die den gleichen Chip verwenden, aber der Hydro entsprechend geringfügig effizienter war. Ja, meine Schätzungen, nachdem ich hier eben dieses Bild gesehen habe, waren zwischen 19 und 17 Watt pro Tera-Hash. Ich muss sagen, sie haben es nochmal unterboten, aber was ich ganz klar auch schon in meinem letzten Video gesagt habe, ist, dass ich nicht glaube, dass wir hier bei 10, irgendwas landen oder bei 10 glatt. Das war mir irgendwie schon klar, wenn man sich so ein bisschen hier auch auf dem Screenshot nochmal die Gesamtentwicklung anschaut über die Jahre. Da gab es am Anfang einfach wesentlich größere Sprünge, als das jetzt noch der Fall ist, wenn wir uns das hier über die letzten Jahre anschauen. Dann waren das nur noch sehr, sehr kleine Sprünge im Vergleich zu dem von der Anfangszeit. Also da war noch sehr, sehr viel möglich. Mit relativ kleinen Entwicklungen hat man sehr viel erreicht und hier sind wir jetzt in so einem professionellen und effizienten Bereich schon angelangt, dass man fast sagen könnte, dass hier ja mehr oder weniger Stillstand herrscht, beziehungsweise eben nicht mehr so viel geht. Und ähnliches sieht man ja jetzt auch immer wieder bei Grafikkarten und CPUs, selbst mit kleineren Strukturbreiten bei den Chips ist da nicht mehr so viel rauszuholen. Da muss es wieder komplett neue Ideen geben, als diese Chips eben immer dichter zu bauen. Aber wenn man das meiste aus seinem Strom herausholen möchte, kommt man an diesen Minern einfach nicht vorbei, wenn man Bitcoin meinen will. Und wenn wir uns das Ganze mal für Deutschland anschauen, ob sich das lohnt, ja, dann schauen wir mal wieder auf ASIC Miner Value vorbei. Da haben wir hier die zwei neuen Miner und keiner der Miner wäre in Deutschland profitabel. Da sind wir noch bei einem sehr, sehr dicken Minus und ich rechne hier wirklich schon mit 24 Cent die Kilowattstunde, wo die meisten von euch wahrscheinlich sogar noch mehr bezahlen. Also wir müssten es in einem so exorbitant großen Maßstab, wenn dann machen, dass wir vielleicht 10 Cent oder weniger bezahlen. Ich kann das ja mal aus Spaß machen, können ja hier auch mal 10 Cent eingeben. Hier haue ich nochmal den S21 rein und dann wären wir in einem positiven Bereich, wo wir zumindest mal ein paar Euro machen. So, wenn wir uns jetzt noch überlegen, dass die Miner ziemlich teuer sind und wir hier wirklich große Stückzahlen kaufen müssten, wenn wir denn hier anfangen wollen, dann ist klar, dass sich eben dieses ganze Angebot absolut nicht an kleine Privatkunden richtet, auch nicht an kleine Firmen, sondern eigentlich ausschließlich an große Mining-Farmen. Und das ist eben auch das, wo leider Bitcoin mittlerweile ist, nämlich, beziehungsweise Bitcoin Mining ist, nur noch bei großen Mining-Farmen, die extrem günstige Strompreise bekommen und sich auch mal leisten können, vielleicht 1000 solcher Miner hier zu kaufen. Und das ist extrem schade. Ja, leider ist das Ganze noch alternativlos, aber jetzt gibt es ja dieses Community-Projekt, wo wir planen, einen Miner für zu Hause wieder herzustellen, dass ihr dann auch zu Hause mit sehr wenig Strom relativ viel minen könnt und dementsprechend vielleicht den ein oder anderen Farm einen kleinen Anteil ja entreißen könnt. In der großen Masse könnte es vielleicht sogar ein großer Anteil sein, aber das wird sich dann noch zeigen. Das Projekt ist übrigens schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Also wir haben die Platinen schon da, es sind schon, ja, der Mining-Chip ist schon da, es sind auch schon ein paar andere Komponenten da. Vielleicht habe ich auch bald mal ein Testmodell für euch, wenn das Ganze denn funktioniert und dann können wir hier an der Stelle weitermachen. Aber was euch auf jeden Fall klar sein sollte, wenn ihr keinen super günstigen Strom habt oder am besten euch den Strom noch selbst erzeugt, ja, das wäre das Optimum für diesen Miner, weil ansonsten, wie ihr sehen könnt, selbst mit den Minern, die hier noch effizienter sind im Prinzip als dieser Miner hier, würde man in Deutschland miese machen und so wird es natürlich auch für diesen Miner der Fall sein, sofern man sich den Strom eben nicht selbst erzeugt, ja. Aber wenn ihr das Ganze für Lotto-Mining verwenden wollt, wenn ihr das Ganze aus Prinzip machen wollt, wie ja auch viele sich zum Beispiel eine Lightning-Node aufsetzen, womit man auch eher Verluste macht, als dass man überhaupt irgendwie Geld verdienen kann, dazu habe ich ja auch mal eine ganze Videoreihe gemacht, ja, dann ist das der Weg zu einer dezentraleren Lösung, was das Mining angeht für Bitcoin. Ja, was ist jetzt mein Fazit zu dem Thema? Ihr habt vielleicht schon rausgehört, dass ich nicht ganz so begeistert bin von den neuen Minern. Klar, sie sind wieder effizienter geworden, aber auch nicht so effizient und da sie wirklich eigentlich ausschließlich große Mining-Farmen als Kunden haben wollen, fühle ich mich auch so ein bisschen ausgeschlossen. Wie geht es euch da an der Stelle? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ja, ansonsten war es das soweit mit dem Video für diesen Samstag. Hat mich gefreut, dass ihr wieder mal zugesehen habt. Lasst mir gerne noch eure Meinung zu dem Video unten in den Kommentaren, da gerne auch zu dem BitAxminer, den wir ja hier gemeinsam für die Community machen wollen, was ihr davon haltet. Ansonsten freue ich mich wie immer auch über euren Daumen nach oben fürs Video. Danke an alle, die das immer so fleißig machen. Und falls ihr neu auf dem Kanal seid, vergesst auch auf gar keinen Fall auf den Abonnieren-Button daneben auf die Glocke zu drücken. Dann verpasst ihr keines meiner Videos mehr und denkt wie immer auch an die Jumpcoin-Aktion. Und ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen Samstag. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder. Also macht's gut, Leute. Bis dahin und ciao. Ciao.